Wiesbaden 2025. In Wiesbadens Ämtern und Behörden laufen viele Prozesse digital und vollautomatisiert ab. Arbeit, die früher von Hand gemacht wurde und viel Zeit gekostet hat. Mittlerweile wird eingehende Post nicht nur mit einem Hochleistungsscanner digitalisiert, die Eingänge werden auch digital erfasst und verarbeitet. Eine Anwendung erkennt mit Hilfe von sogenanntem Machine Learning unterschiedliche Schreiben und überträgt die Informationen aus den Formularen direkt in die entsprechenden Programme und an die richtigen Personen. So haben beispielsweise die zuständigen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter sofort Zugriff auf eingegangene Gehaltsabrechnungen, auch vom Homeoffice aus. Oder sie sehen auf einen Blick alle Informationen zu eingegangenen Weiterbewilligungsanträgen. Bescheide werden sogar auf Knopfdruck automatisch verschickt. So haben Mitarbeitende mehr Zeit für ihre Klienten, Vorgesetzte mehr Zeit für ihre Mitarbeitenden und alle etwas mehr Zeit für sich. Die ersten Schritte dorthin haben wir bereits erfolgreich in unserem Zukunftslabor getestet. Aber es ist noch ein weiter Weg, bis alles reibungslos funktioniert. Arbeit neu denken.